chris hast du an der haupttür zu viel ja drohne ist ja auch mal die haupttür von dem zieht man einfach nichts draus den sind die abo mananas haben sie aufgemacht der ist links raus dirk der ist da nicht mehr also das ist mehr als verdächtig der garage ist er hat auf jeden fall eine drohne noch benutzt ne chris hast du mir gerade zugeschaut ja und ja der hat halt pre-fire gemacht ne ja aber komplett dann in den inneren raum auch warum soll ich nicht hinten noch im pola-automaten drin liegen oder sowas das ist ja pre-fire ein halbklappen oder nicht joki kriegt gerade mit der drohne das heißt er ist in der switch drohne drin ja die drohne ist aber jetzt schon weg ich suche nach Feinden beim im nach bei 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 Bist du eigentlich auf der anderen Klautermannkrankung? Hier ist volume plus. Musst festhalten, weil der dauernd ist sehr, der springt immer nur noch heiß, wenn ich nicht so gut. Fahrstuhl, Glas weg, Garage, der andere weg, einer ist noch in den Tresorraum gerade rein. Das war ich. Oh, ey, keine Chance, ich kann einfach so nicht spielen. Barrage, Garage, ja. Und einer rennt gerade durch Pugger. Oh, fuck. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Unten bei A ist gut. IQ ist so gut. Sauber, Mann. Einer ist draußen, ich lege gerade durch den Haupteingang. IQ. Alter. Ja, was hast du denn? Hier ist du, hier kommst du nicht rein. Wir haben eine Panzertür rechts. Oh, doch. Ja. Ist der andere oben bei B? Für Schritte oben bei B, ja. Ja, aber ist der mein Mate? Ja, der seilt sich irgendwo. Mein Mate? Ja, der seilt sich. Mein Mate? Mein Mitspieler. Ja. Achso, der, der liegt bei B im Raum. Fastpass. Ein E-Klopper bleibt. Ich hab keine Ahnung, aber gerade echt nur Hitschotter. Ja, läuft. Im geilsten war IQ. Die rennt also rum. Pistole. Aus. Lichter. Aus. Ich glaub der ist an der Fronttür. Ja, ja. Keine Zeit. Also ziemlich sicher, Nordseite des Hauses. Ah. Eigener Trupp Siegreich, alle Gegner eliminiert.